Werden Sie pünktlich im Büro sein? Zamanen der Ofiste oder Jack Mössen? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. E wird Tamsamanen der Ofiste oder Jack Mössen? Vielleicht bin ich etwas spät dran. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Biraz gejigibilierem. Ich komme zehn Minuten zu spät. Ich komme zehn Minuten zu spät. Und akka gejkala jam? Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Englisch und Almanca konuşabiliyorum. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Nein, ich habe es noch nie gelesen. Nein, ich habe es noch nie gelesen. Hayır, ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen. Beşil önce okumuştum Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Filmi selten mi Mir gefiel dieser Film nicht besonders Mir gefiel dieser Film nicht besonders Ich habe diesen Film geliebt Ich habe diesen Film geliebt Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben Üç gün önce Mathematik ödevine werde Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht Hala bir ödev vermedi In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi? Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können Ich möchte im 30. Jahrhundert leben Ich möchte im 30. Jahrhundert leben 30. Jahrhundert leben Was ist das Problem? Sorun nedir? Eigentlich gibt es kein Problem Eigentlich gibt es kein Problem Aslında bir Problem yok Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen Sorun keine Keksi mis war Wie heißt du? Wie heißt du? Adınız nedir? Ich heiße Michael Ich heiße Michael Benim adım Michael Ich bin Michael Ich bin Michael Ben Michael Ben Michael Welche Spielzeuge mag ihr Sohn? Welche Spielzeuge mag ihr Sohn? Oğlun hangi oyuncakları sever? Er liebt Spielzeugautos Er liebt Spielzeugautos Er liebt Spielzeugautos Super kahraman Super kahramanları seviyor Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Bu şehirdeki en iyi Café nerisse? Das Café Lisa in Texim ist sehr gut Das Café Lisa in Texim ist sehr gut Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café Burada benim Sokağımda çok iyi bir Café var Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Bu işita mamleye bilecek misin? Ich kann das tun Und ich kann auch einen neuen Job machen Ich kann das tun Und ich kann auch einen neuen Job machen Es gibt zu viele Probleme Es sieht so aus Als ob es nicht fertiggestellt wird Es gibt zu viele Probleme Es sieht so aus Als ob es nicht fertiggestellt wird Çok fazla Problem war Tamamlammeyacak gibi Wenn ich es falsch verstanden habe Könnten Sie mich korrigieren? Wenn ich es falsch verstanden habe Könnten Sie mich korrigieren? Ja, ne schon le dissen Beni du selten missen Klar Machen Sie weiter Klar Machen Sie weiter Tabi Sendeva med Zufrieden 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 Memnun yetle Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Kiminle Jeshü Olsun Ich lebe mit meiner Frau Ich lebe mit meiner Frau Ich lebe mit meiner Frau Körüm ile Jeshurum Ich lebe mit meiner Mutter Ich lebe mit meiner Mutter Ich lebe mit meinem Bruder Ich lebe mit meinem Bruder Abimle Abimle yaşıyorum Kommen Kommen Und mein Bruder Wird auch kommen Ich werde kommen Und mein Bruder Wird auch kommen Ben geleceğim Ben geleceğim Ayrıca Kardeşim de Gelecek Gibt es zu diesem Thema Viele Vorurteile Gibt es zu diesem Thema Viele Vorurteile Bu konuda İnsanların Çok fazla Önyargısı Var mıdır? Ja Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft Unterschiedlich Aber da ist Ja Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft Unterschiedlich Aber da ist Evet Toplumlara Göre Değişir Ama Var Ich glaube Nicht Dass es Viele Gibt Aber wenn man Intensiv Sucht Kann man Sie Finden Ich glaube Nicht Dass es Viele Gibt Aber wenn man Intensiv Sucht Kann man Sie Finden Çok Olduğunu Düşünmüyorum Ama Çok Aranırsa Bulunur Wie ist Das Wetter In Paris Wie ist Das Wetter In Paris Paris Ste Hava Nasıl Das Wetter In Paris Ist Sehr Kalt Das Wetter In Paris Ist Sehr Kalt Paris Ste Havalar Çok Sok Ich Weiß Im Moment Nicht Wie Ich Weiß Im Moment Nicht Wie Şuanda Nasıl Bilemiyorum Kann man Ein Auto Reparieren Kann man Ein Auto Reparieren Araba Tamir Ede Bilir Missin Ich Kann Fahrräder Reparieren Ich Kann Fahrräder Reparieren Bein Bicycle Tamir Edebilirim Ich Habe Noch Nie Ein Auto Repariert Ich Habe Noch Nie Ein Auto Repariert Daha Önce Araba Tamir Etmedim Wie Läuft Tommy's Urlaub Wie Läuft Tommy's Urlaub Tommy'nin Tatili Nasıl Gidiyor Sieht So Aus Als Ob Tommy Sich Nicht So Wohl Fühlt Sieht So Aus Als Ob Tommy Sich Nicht So Wohl Fühlt GÖRÜNUSHE GÖRE Tommy ÇOK LAHAT DIL Es Läuft Großartig Es Läuft Großartig Harika Gidior Wie Lange Wirst Du Arbeiten Wie Lange Wirst Du Arbeiten Ne Zaman Kadar Çalış AJAX SIN Ich Werde Bis Zum Morgen Arbeiten Ich Werde Bis Zum Morgen Arbeiten Sabaha Kadar Cele Sche Caham Ich Werde Bis Sechs Uhr Morgens Arbeiten Ich Werde Bis Sechs Uhr Morgens Arbeiten Sabah Saat Al Te Kadar Cele Sche Caham Kann Ich Zwei Davon Kaufen Kann ich Zwei Davon Kaufen Bundan iki tane alabilir miyim? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Evet, alabilirsiniz. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Hayır, son bir tane kalde. Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Toplantı için gerekli belgeleri hazırladınız mı? Ja, Friends hat alles vorbereitet. Ja, Friends hat alles vorbereitet. Evet, arkadaşlar hepsini hazırladı. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Sadece Müdürümüzden almamız gereken iki Dossier kaldı. Was machst du heute? Was machst du heute? Bugün ne yapıcaksın. Ich werde heute Urlaub haben. Ich werde heute Urlaub haben. Bugün tahtil yapıcağım. Bugün ne yapıcağım. Heute gehe ich einfach ins Bett. Heute gehe ich einfach ins Bett. Bugün ne yapıcağım. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Biraz hastayım, dinleneceğim. Wo warst du gestern? Wo warst du gestern? Du nereye gittin? Ich ging zur Schule. Ich ging zur Schule. Okula gittim. Ich ging zu meinen Eltern. Ich ging zu meinen Eltern. Einnämlere gittim. Ich ging zu meinem Bruder. Ich ging zu meinem Bruder. Kaldisch me gittim. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Problem nedir. Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe mein Geld verloren. Parame kaybettim. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Mail in der E-Mail nicht herunterladen. Ich habe es noch nicht herunterladen. Ich habe es noch nicht herunterladen. Ich habe es noch nicht herunterladen. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Ich habe meine gelöscht. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Bendekini sildim. Ama tekrar bakayım. Lieben Sie ihn? Lieben Sie ihn? Onu seviyor musun? Ja, liebst du ihn? Ja, liebst du ihn? Evet, onu seviyor musun? Ich habe es früher geliebt. Ich habe es früher geliebt. Daha önces seviyor dum? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Jol de Kikazai gördün mü? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Kazade ütchara bachar püschte. Nein, das habe ich nicht gesehen. 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 Haben Sie Vorschläge? Haben Sie Vorschläge? Önerin ist war müdder. Wir sollten sofort zur Sache kommen. Wir sollten sofort zur Sache kommen. Hey, man konuja bachlamalias. Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema. Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema. Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema. Ich habe keine weiteren Vorschläge. Was macht Michael gerade? Michael Schoan da näher püro? Er spielt gerade ein Match. Er spielt gerade ein Match. Er geht zum Schwimmunterricht. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich lerne in der achten Klasse. Sekizintes sind folgidiorum. Ich habe die zehnte Klasse bestanden. Ich habe die zehnte Klasse bestanden. Oh nun justse ne folge ich zim. Ich werde in zwei Jahren mit der ersten Klasse beginnen. Ich werde in zwei Jahren mit der ersten Klasse beginnen. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplantıya katılamayacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Nedanketelmürsün Fahel Danke für die Information Fahel Danke für die Information Ok Bilgi için teşekkürler Wo werden sie Urlaub machen? Wo werden sie Urlaub machen? Töltile nere ye gidee Jackson Ich glaube, ich gehe nach Paris Ich glaube, ich gehe nach Paris Sanırım Paris'e gideceğim Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen Töltile im Istanbul da geçireceğim Wie lange versuchen sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen sie schon, Englisch zu lernen? Ne kadar zamandır İngilizce öğrenmeye çalışıyorsun? Ich arbeite seit drei Jahren Ich arbeite seit drei Jahren Üç seneden beri çalışıyorum Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Senin meslin nedir Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Bilgi seyor mühendisem Ich bin ein Bauingenieur Ich bin ein Bauingenieur Ich bin ein Bauingenieur Ist schad mühendisem Von welcher Firma sind sie? Von welcher Firma sind sie? Hangi Şirket için çalışıyorsun? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen Bir e-Tijaret-Szirketinde kargo çalışanıyım Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ayağın da sıkıntı varme Ja, mein Knöchel tut weh Ja, mein Knöchel tut weh Evet, ayak bileğim ağrıyor Nein, ich habe keine Probleme Nein, ich habe keine Probleme Hayır, herhangi bir Problemim yok Magst du sie? Magst du sie? Burayı sevdin mi? Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Evet, kendi evim gibi Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Çok sevemedim Çok kalabalık bir yer Warum lernen wir Englisch? Warum lernen wir Englisch? Niçin İngilizce öğreniyorum? Ich versuche für die Schule zu lernen Ich versuche für die Schule zu lernen Okul için öğrenme çalışıyorum Ich lerne für meinen Job Ich lerne für meinen Job Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Çok önemli olduğunu biliyorum Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyor musun? Nein, ich spreche nicht gut Deutsch Nein, ich spreche nicht gut Deutsch Hayır, Almanca iyi konuşamıyorum Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen Evet, çok iyi Almanca konuşabiliyorum Was haben Sie heute vor? Was haben Sie heute vor? Bugün ne yap me ilpila ne olsun Ich werde heute ein Picknick machen Ich werde heute ein Picknick machen Bugün picknick yapacağım Ich werde zur Schule gehen Ich werde zur Schule gehen Okulagi di jem Von wem hast du diese Katze bekommen? Von wem hast du diese Katze bekommen? Buke di kim denn olden? Das Kätzchen der Katze meines Bruders Das Kätzchen der Katze meines Bruders O bimin kedisinin yao russu Ich habe es an einem regnerischen Tag Auf der Straße gefunden Ich habe es an einem regnerischen Tag Auf der Straße gefunden Ja, mulu bilgül sokakta buldum Gibt es irgendetwas Bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas Bei dem ich helfen kann? Yaldım edebilecim bilşeval mudış Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Evet Beni eve bırakır mısın? Nein Vielen Dank Nein Vielen Dank Hayır Çok teşekkürler Ist dein Onkel gekommen? Ist dein Onkel gekommen? Om John Gyal Dimmel Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet Aber er kam endlich Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet Aber er kam endlich Amcan akşama kadar bekledik Ama sonunda geldi Er kam am Morgen Er kam am Morgen Sabaha karşı geldi Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Bu proje de kiminle çalışmıştın? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet Daha önce Michael ile birlikte çalıştım Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet Daha önce Database Ekibi ile çalışmıştım Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Yeni görevi nizne zaman başlayacak Ich denke, ich fange nächste Woche an Ich denke, ich fange nächste Woche an Sonnerim hofte er başlayacağım Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird Ikki hafta sonra olacak gibi görünüyor Kann ich etwas Geld leihen? Kann ich etwas Geld leihen? Biraz borç alabilir mim Leider habe ich auch nicht viele Leider habe ich auch nicht viele Malesef, ben dede çok yok Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Wie viel brauchen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak Kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden Nein, ich kenne niemanden Hayır, kimseyi tanımıyorum Ja, ich kenne sie alle Ja, ich kenne sie alle Evet, hepsini tanıyorum Was tun in Zeiten der Schulden? Was tun in Zeiten der Schulden? Bortsamannerında ne yaparsın Ich studiere Ich studiere Ich studiere Deist çalıştırım Ich lese Bücher Ich lese Bücher Kitab okudum Ich mache Musik Ich mache Musik 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 yapıyorum Würden Sie gerne Würden Sie gerne Würden Sie gerne Bestellen Sipariş vermek ister misiniz? Ja, ich kann jetzt Bestellen Ja, ich kann jetzt Bestellen Evet, şimdi Sipariş verebilirim Nein, ich bin noch nicht bereit Nein, ich bin noch nicht bereit Hayır, henüz hızır değilim Haben Sie Haben Sie Irgendwelche Fragen? Haben Sie Irgendwelche Fragen? Sorunu Swalme Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen Anlattığınız bilgiler için Teşekkürler Ist das Treffen vorbei? Ist das Treffen vorbei? Toplante Bittimi Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Vater? Baba nasıl oldu? Nicht schlecht Funktioniert weiter Nicht schlecht Funktioniert weiter Fena değil Çalışmaya devam ediyor Etwas unbequem Etwas unbequem Biraz rahatsız Was ist ihr Lieblings Hessen? Was ist ihr Lieblings Hessen? En sevdiğin yemek hangisi? Ich liebe Pastasia Ich liebe Pastasia Makarnayı çok severim Ich liebe Omelette 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 çok severim was ist was ist was ist das was ist bu nedir das ist ein tasche Das ist ein Tasche. Bu bir çanta dış. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Bu ist kibi arabadisch. Sind sie verheiratet? Sind sie verheiratet? Evlim istiniz. Ja ich bin verheiratet. Ja ich bin verheiratet. Evet evlim. Nein ich bin single. Nein ich bin single. Hayır bekörem. Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Ich kann Matrix 3 empfehlen. Ich kann Matrix 3 empfehlen. Matrix 3 empfehlen. Matrix 3 empfehlen. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Sweet November filmini öneribillerem. Haben sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Haben sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Tschössüm için bir yol bulabildiniz mi? Ja, wir haben zwei Alternativen. Ja, wir haben zwei Alternativen. Evet, iki Alternativen für mis was. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Henüz çözüm için bir yol bulamadık. Wie lange wird das Treffen dauern? Wie lange wird das Treffen dauern? Toplantının süresi ne kadar olacak? Eine Stunde wird ausreichen. Eine Stunde wird ausreichen. Bir Saat yeterli olacaktır. Es dauert höchstens zwei Stunden. Es dauert höchstens zwei Stunden. En fazla iki Saat sürecektir. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Saat kaç gibi okula gideceksin? Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde morgen nicht gehen. Yeren gitmeyeceğim. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Akşam altı gibi okulda olurum. Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Yeren kitoplanter hazır mısınız? Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Evet hazırım. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Akşam biraz daha çalışmam gerekiyor. Willst du dieses Mädchen heiraten? Willst du dieses Mädchen heiraten? Ich bin bereit. Bu kız ile evlenmek istiyor musun? Ja, ich liebe ihn sehr. Ja, ich liebe ihn sehr. Evet, onu çok seviyorum. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Wer ist an der Reihe? Wer ist an der Reihe? Ich denke, ich bin an der Reihe. Sanırım sıra bana geldi. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Sıra kardeşimde Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Tommy ist eine sehr ehrgeizige Einheit. Ja, das sieht man in jedem Werk. Ja, das sieht man in jedem Werk. Evet, bunu her işinde görebiliyorsun. Wohneinheit Wohneinheit Sakin biri midir Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe den Matheunterricht. Ich liebe den Matheunterricht. Matematik dersini çok severim. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Englischunterricht nicht besonders. Selma Wie geht es dir? Wie geht es dir? Nussussun Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ihm Ich bin ein wenig krank. Ich bin ein wenig krank. Bir az hastayım. Ich bin nicht sehr gut. Ich bin nicht sehr gut. Çok iyi değilim. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Elis me et pipi. Ich versuche zu heilen. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Könnten Sie dieses Tor erzielen? Könnten Sie dieses Tor erzielen? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ben atamayabilirim, aber mein Bruder kann es. Was hast du gestern Abend gemacht? Dün akşam ne yaptın? Ich bin tanzen gegangen. Danse gitsem Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Saat kaç? 16 Uhr Es ist 20 vor 10 Es ist 20 vor 10 Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Kimler sana yardım etti? Niemand außer Michael wollte helfen. Niemand außer Michael wollte helfen. Michael dışında kimse yardımcı olmak istemedi. Alle kamen, um mir zu helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Alles estáER ist sehr heiß. Alles klappen. Alles tut ela, um mir zu helfen. Das war es für mich. Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Für wen bist du hierher gekommen? Für wen bist du hierher gekommen? Ich kam wegen dir. Ich kam wegen dir. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. ÖRENINCE GELDEM Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? POSTAINININ ADRESSINI BILIOR MUSSUN Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Hayır, burayı bilmiyorum. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Wie war gestern das Wetter? Wie war gestern das Wetter? Dün hava nasıldı? Das Wetter war gestern sehr schön. Das Wetter war gestern sehr schön. Ich bin 25 Jahre alt. Dün hava çok güzeldi. Gestern war es sehr regnerisch. Gestern war es sehr regnerisch. Gestern war es sehr regnerisch. Dün çok yağmurluydu. Wie ist er? Wie ist er? Wie ist er? O nasıl biridir? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Çalışkan biridir. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Tembeil biridir. Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Akşam nerede buluşalım? Treffen wir uns vor dem Kino. Sinemanın önünde buluşalım. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Sen neresi dersen orada buluşalım. Wohin gehst du morgen? Wohin gehst du morgen? Wohin gehst du morgen? Yarın nereye gidiyorsun? Orson. Ich fahre nach Mailand. Ich fahre nach Mailand. Ich fahre nach Mailand. Milana gidiyorum. Ich fahre nach M тайion. Ich fahre nach Mogramma sitem. Ich fahre nach M largeln. Ich werde zur Schule gehen. Wie werden Sie diese Situation lösen? Wie werden Sie diese Situation lösen? Wie werden Sie diese Situation lösen? Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Welche Tür Filmleri seversen? Ich liebe Science-Fiction Filme. Ich liebe Science-Fiction Filme. Bilimkurgu Filmlerini çok severim. Ich liebe Komödien. Ich liebe Komödien. Komediefilmleri ne çok seviyorum. Wer kam nach Hause? Wer kam nach Hause? Ewe Kim gelde. Michael kam früh am Morgen an. Michael kam früh am Morgen an. Sabah erken sagte Michael gelde. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Ich liebe sie sehr. Hangi yemekleri çok seversen? Mein Lieblingsessen ist pasta. Mein Lieblingsessen ist pasta. Ich will das Essen nicht so sehr. Ich will das Essen nicht so sehr. Yemek çok seçmam. Wie geht'st du zur Schule? Wie geht'st du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Ich fahre mit dem Taksi zur Schule. Ich fahre mit dem Taksi zur Schule. Okula Taksi ile gidiyorum. Manchmal fahre ich mit dem Taksi zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem Taksi zur Schule. Bazen otobüsle okula giderim. Was ist im Glas? Was ist im Glas? Kavanozun içinde ne var? Es gibt Erdbeermarmelade. Es gibt Erdbeermarmelade. Chile kreçeli var. Im Glas ist Honig. Im Glas ist Honig. Kavanozda balvaj. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Eines Seite bir toplantım var. Ich muss dringend gehen. Ich muss dringend gehen. Agil çıkmam gerekiyor. Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ne zaman dışarı çıkacaksın? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Mesai sonrası çıkacağım. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Bu toplantıya kaç kişi katılacak? 20 Personen werden teilnehmen. 20 Personen werden teilnehmen. Es werden nur du und ich sein. Es werden nur du und ich sein. Sadece sen ve ben olacağız. Liegt eine Katze auf dem Tisch? Liegt eine Katze auf dem Tisch? Masanın üstünde ki de var mı? Ja. Es gibt eine schwarze Katze. Ja. Es gibt eine schwarze Katze. Ja. Es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Ja. Es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Ja. Ja. Es gibt zwei Katze. Die könnten i�ovasın und dörlükchen gelten. Ja. Ja. Das ist, als dein Vater kam. Ja. 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 Ich studierte, als mein Vater kam. Ich studierte, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Babam geldiğinde uyuyordum. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje nerede ise bitmek üzere? Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Birlikte kahve içelim mi? Ja. Wann sollen wir gehen? Ja. Wann sollen wir gehen? Evet, ne zaman gidelim. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Üzgünüm bugün zamanım yok. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. İster sein Jürgen içelim. Was für ein Mann war Michael? Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Bu filmi daha önce izledin mi? Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Üçülönce okulda izle mischtik. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Daha önce izlememiştim. Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Yeni işe alınan personelle tanıştın mı? Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Evet, sabah tanıştım. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok gülerizli biridir. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Müssen Sie diesen Job machen? Müssen Sie diesen Job machen? Bu işi yapman gerekt yormu? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Bu konu işe min birpa işe se? Ich habe nicht vor, es zu tun. Ich habe nicht vor, es zu tun. Ich denke, ich habe nicht vor, es zu tun. Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Bu sene Yaz tatiline gidecek misin? Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Nihayet bu sene tatilegide bile giz. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Bu sene BR projeye başlıyorum. Tatile çıkamayacağız. Bu sene ist eine Stadt. Die Stadt